Ja, der lässt es gehen. Zwischenzeit, wie bei Maximilian Weishaupt, bei 20 Sekunden. Wenn er das bis zum Ende durchziehen kann, dann wird es ganz knapp. Er ist dran, er hat es absolut in der Hand und das klappt. Er kommt 0 ins Ziel, mit 42,27 Sekunden übernimmt Tobias Bachel mit seiner Cicero Z-Tochter Cicera hier die Führung. Boah, was für eine Runde. Und zwei sind es, die ihm den Sieg noch entreißen können. Da bin ich mal gespannt, ob die beiden es voll drauf anlegen. Der nächste, der vorletzte Teilnehmer. Ja, der vorletzte Teilnehmer.